Ah, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Tiny To Me. Heute werde ich mich mal bei Akinator suchen. Ich bin mal gespannt, ob ich da schon irgendwie registriert bin. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an. So, Spieler, Info, wie alt bist du? Aha, hab ich gemacht. Die erste Frage, ist deine Figur männlich? Ähm, ich denke mal schon, ja. Ja. Ist deine Figur ein Minecraft-Let's-Player? Bis jetzt noch nicht. Ist deine Figur durch YouTube berühmt geworden? Hm, fast. Hat deine Figur eine feste Freundin? Ja. Ist deine Figur durch Bibis-Beauty-Palace bekannt geworden? Hm, naja, ich hab ein bisschen Beauty, aber... Äh, nein. Ist deine Figur ein leidenschaftlicher Gamer? Ja, ich bin ein Gamer, aber kein Gamer so vor der Kamera, sozusagen, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Ist deine Figur dunkelhäutig? Ähm... Nein. Hat deine Figur über 100.000 Abonnenten? Also, schön wäre es, wenn es so gewesen ist oder wäre, aber leider bis jetzt noch nicht. Besitzt deine Figur Haustiere? Äh, ich hab leider keine Zeit dazu, um Haustiere zu besitzen oder so zu pflegen. Ansonsten mag ich Tiere eigentlich ganz schön gerne, aber nein. Hat deine Figur ein Bruder oder ein Schwesterchen? Ja. Ist deine Figur aus Österreich? Nein. Hat deine Figur einen Bruder? Nein. Ist deine Figur ausländisch... Äh... Ausländisches Ursprunges? Äh, lass mich mal scharf überlegen. Nein. Ist deine Figur älter als 18 Jahre? Ja. Hat deine Figur alles mit einem Drachen zu tun? Mit Drachenlord vielleicht? Äh... Nein. Trägt deine Figur einen Helm? Bum, bum, bum. Nein. Macht deine Figur Comedy auf YouTube? Mehr oder weniger würde ich mal ja behaupten. Spielt deine Figur im Film Kartoffelsalat mit? Ach, Gott sei Dank nicht. Der Film war ja sowas von grottig. Obwohl Kartoffelsalat mag ich sehr gerne. Macht deine Figur Challenges? Ja. Oder weiß ich nicht? Ist deine Figur blond? Nein. Stammt deine Figur aus einer Novell? 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 Das ging aber schnell. Ich würde mal sagen, nein. Trägt deine Figur oft ein Kappi? Eine Kappi? Nein. Hat deine Figur etwas mit Element zu tun? Nein. Besitzt deine Figur Waffen? Ja. Spielt deine Figur mit Lumpi-GTA mit? Äh, äh, nein. Ich denke an Johnny Hunt. Äh, nicht ganz. Versuchen wir das Ganze nochmal. Mal. So, weiter geht's. So, weiter geht's. Fortfahren? Ja. So, kommen wir zur Frage Nummer 26. Hat deine Figur Katzen? Nein. Hat deine Figur Kinder? Weiß ich nicht. Hat deine Figur braune Locken? Oder hat er schicke? Nee. Nein. Ist deine Figur im Musikbereich tätig? Ich hab da mal was gemacht, aber ich würde jetzt nicht sagen, tätig. Nein. Lebt deine Figur in Deutschland? Ja. Trägt deine Figur einen Bart? Ähm, nö. So. Hat deine Figur einen Haus, äh, hat deine Figur einen Hund oder Haustier? Nein. Ist deine Figur älter als 30 Jahre? Ja. Ist deine Figur ein Comedian? Hm. Ja. Kommt deine Figur, grüß Gott aus Bayern? Nein. Wird deine Figur oft in einem Zusammenhang mit einem Apfel gebracht? Bin ich Schneewittchen oder was? Hm, ich denke mal nicht. Kann man deine Figur im Fernsehen sehen? Nein. Nein. Lebt deine Figur in die USA? Ja? Hm. Ne, das würde ja die andere Frage widersprechen, die mit... Äh, ihr wisst ja. Nein. Hat deine Figur etwas mit Elektrizität zu tun? Hm. Hm, ich kann zwar Strom an und aus machen, aber ich hab leider nichts damit zu tun. Ja. 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 Jetzt kommt das erste Indiz auf mich. Ist deine Figur maskiert? Ja. Ist deine Figur älter als 40? Hm, nein. Oh, oh. Noch so ein verräterisches Indiz. Ist deine Figur dick? Hm. Für die anderen mag es dick sein, für den gewissen anderen Teil ist es Muskeln. Durch den Anzug wirkt das alles ein bisschen dicker, aber in Wirklichkeit ist das pure Muskelmasse. Ich sag mal ja. Ah, cool. Es gibt mich tatsächlich auf Akinator. The Webgenie. Das war mal echt interessant auszuprobieren. Bild stimmt auch. Also. Cool. Es hat geklappt, der Selbstversuch. Danke fürs Zuschauen. Ich werde noch mal ein paar Fragen reinreichen oder am Ende zeigen, die so ein bisschen skurril sind, also nicht abschalten. Und vergesst nicht zu abonnieren. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt... Ty... So, Akinator, jetzt hast du mich. Hahaha.